hallo aus ja abelkomm habst du noch ein bisschen beim essen nebenbei hauptsache du bist beim essen nebenbei ja 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 nein nicht mit der pizzer runterfallen lassen ich weiß auch wo wir aufgenommen haben oder der africke chips zu essen zwar die ganze zeit gar gut oder schlecht seit josen am busen und eben der standard sagt das nicht wir hatten schon ein paar mal die reihe das könnte es könnte alles zusammen mal seien es gibt ein trug sei aber noch schauen na ja immer sie was ist das war gemein ich bin ja die nervt hatte eigentlich mal wieder draußen gewonnen gehört überhaupt nicht mehr die zackt ja immer wieder die eigenes ding wobei jetzt glaube ich haute fälsches gezockt hat hier so war kriegt das jetzt mal gesehen irgendwie das ist glaube ich der einzige teil der gerade aktuell was kostet weil ja dann haben wir ja umsonst gekriegt und der zweite teil kostet mit dem ps plus mit dem ganz teuren kostet das ist ein bisschen kostet auch gar nichts ich hab's nicht untergeladen für 13 euro monat kriegst du vielleicht viel bitte vorwarten wenn irgendwas bis vorn ja sehr gut wenn ihr clever seid macht ihr bitte nicht das loch zu ja 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 Ja, ich weiß nicht. so schlecht für die zu werben die formine ist so miene bei b das war die wache wählen scheiße dabei schützt in dem kleintresor raum hier links es war zwei gizmo minen die hochgegangen sind jetzt du bist zu schnell gestorben das war ein problem ja ich ich habe auch die terabyte noch gesehen ich habe nicht gekriegt in der kundin schädel sehen ist das doch hier habe ich ein schöner headshot gedrückt die türen oder der müssen doch in der kratze So schlecht. Niemals. Sie werden wahrscheinlich die gleiche Taktik spielen. Naja. Ich höre sich die Wand hier. Ich wohne schon weg. Vielleicht hier mal wieder eine Diotation rein sitzen. Gar nicht so durch. Nein, 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 nein. Da, bitte nicht zu machen, nicht zu machen. Wir haben keine Rotation drin, ne? Gizmomina ausgelöst. Wahrscheinlich wieder Tresorraum. Wieso weiß ich nicht von der Tresorraum von der Torbogen, die da hinten ist. Das ist hier wahrscheinlich wieder nebenan. Hier bei mir? Ja, ich sehe es. Gizmomina wieder aufgelöst. Sie sind schon drin, ne? Ja. Nur zweimal sind sie an der Reihe gestimmt. Ich habe es noch versucht, aber... Ja, alles ist gut. Das Kabel ist auch überraschend, dass die Reihe gestürmt sind. Das haben sie gut gemacht, das muss man ihr mal lassen. Ja. Zwei Mal, da waren wir schon so drin. Ja. Puh. Was spielt man denn? In der Löffel... Ah, wenn jeder da fest ist, ist zu klappen. Das war doch schon drin. Ah. Das war doch schon drin. Das war schon drin. Sie sind so drin. Ich bin ganz schön drin. ja ja das ist das problem wenn er dann einfach leute hast die wollen einfach alle zu viel die schießen einfach nicht direkt vor dem gegner mal so nebenbei mit dein eigener mann mit das ist jeder wird auf den kill das ist eigentlich nie gutes zeichen ich muss man nach der runde mal kurz bei der ausforderung reingucken wir nicht okay völlig okay so die könnten sie jeweils wahrscheinlich durchkommen bei daten kohle raus und dann sage ich hier durch die tür das ist sehr klar versteht sich zu dritt vor der tür ja die wollen es wissen ich habe keine chance die wollen es wissen alles gut die kommen da zu zweit auf mich zu gerannt da weiß ich gar nicht wo ich zuerst ich hatte nichts machen weil die alle mit der mit der anfeuerwaffe es gibt eine aufgabe von schlimmer ja das richtige wasche also die nervt ein bisschen dem würde ich jetzt auch zu trotz heraus rennen es sieht aus wie ich meine die rente oder dieses auswählen ja ja ich weiß was das ist ja ja das kann auch sein dass du sowas machen dann gibt es dich nicht so auch ganz schön doch ja ich weiß ich muss ja machen ich vermute dass ich versuche die nächste woche zu machen oder freitag sowieso leipzig da kann ich sie kann ich sie mal abgeben dann mache ich die das zu machen das ist immer geschossen ja da kommt schon untergeschossen sagt sie wohl schon die geier schon auf die drohen ja ich habe mich noch herzhaft die piek die sitzen schon vor dem fest legen sich vor das loch damit die die würde die drohle holen können oder was alter man ja dann lauf nicht direkt vor der tür rum meine fresse solche leute kann ich ja leider tisch für die meine fresse sie dass ich die treppe da haben ob visieren bin und dann schützt wird davor ja genau wie bei mir ja ja das ist ich habe gerade wie also ich bin an die kleinen so wort das ist die liebe zu spät und jetzt ist es auf dem schädel tag an kann kann keine chance schön spanier na ja die wollten es richtig wissen die wollten es richtig wissen so herausforderungen ach gut ist es schon abgeschlossen gut dann wollte ich ja nicht mehr machen überhaupt ja wir können von also fühle ich schon ja weiß nicht was mit kämpf ist aber alles gut ich mache das das ist ein bisschen schnelles matsch ein kippie kippie Ja Mensch, die kennen wir ja auch kaum, die Möpfe. Ja, ganz selten. Ein Teufels-Scheiß. Dreier. Jahrhunderteig. Höshunderteig. Höch. Die Bomben weiter schützen. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, die Verteidigung entsprechen. Ich hoffe, das ist eine so gute Idee. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt, verteidigt sie. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Ruffel, ruffel. Aber die Wand verstärkt. Ich finde voll die Wende. Das war der Capcom. Das war's. Durch das Fenster unten. Ja, hier unten ist das Ding. Hier ist jemand. Ja, weiß ich. Das weiß ich. Weil da rein auf ist. Die Camer, ja. Frag dich da an dem Fenster. Da hinten, da hinten, da hinten da. Ja. Ja. Naja, wenn keiner die Holzwände für die Holzwände nicht verstärkt sind. Ja, wie gesagt, die Holzwandweife. Ja gut, wir waren von Anfang an einer weniger. Ja. 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 Das ist eine der nicht verstärkten Wände. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 schön zugangsperre war ausgelöst jetzt haben wir umgegangen ich weiß es war einer der beiden wendys heute läuft sie nicht bei uns nicht wirklich punkte haben auch gar keine gemacht das sollte man mal ändern egal ist ja nicht schlimm klar so durch ja es ist natürlich immer gewissen ehrgeiz dabei aber kann ja werden dass das eigentlich immer 0 3 gelegenheit und trotzdem noch mal dran gekommen sind ja gut aber wie gesagt dass zwei wenn die ist die der ständig vor der linse rumlaufen ja das sollte sie noch machen ich lasse mal sind sie nicht die waschküche und schießt euch weiter sagen noch ein paar leute so ein kinder ist auch keine schwindel schlafräume oben schaffst du mal schaffst du mal da habe ich jetzt nicht gesehen da war sie ja gut aber hätte ich ehrlich immer von einer alleine gegen fünf machen es ist wohl alles schon passiert also ich kenne meinen ehemaligen klagen die da ja für solche dinge zuständig war der das regelmäßig gemacht hat der gerne mal alleine gegen fünf gespielt haben gewonnen ja 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 Achtung! Eure Drohne hat eine Bombe logistiert. Was ist das? Weiter. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. So, wenn man die Schweizer... Da braucht man sich ein bisschen Ruhe mit dem Team Kürze. Ich glaub, sonst fließe sie. Jeder verdient hat ein Team Kürze. Guck mal. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt in Ruhe. Ich lade ein neues Magazin! Ich lade auch noch mal. Ich lade einfach noch mal. Okay, da ist es mir zu Hause. Und es ist mir zu Hause. auch wenn ich das wort ein mit schild habe ich auch weg geholt aber der muss doch mal es wird war da wo ich ihm gestorben wenn wir es hochgekommen ich habe irgendwas mit schild weg geholt ich weiß noch nicht was es war schön markus schön jetzt gar nicht so schlecht der der vertrug europa der phantom ober von zero so 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 Hm? 10 Sekunden bis zum Einsatz. 5 Sekunden. Eine Bombe muss lokalisiert und entschärft werden. Die Bombe wurde lokalisiert. So. Also heute in der Waschküche oder was? Im Keller unten. Ja. Schade. Das war unser Wissermann. Ja, ja. 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 Was soll ich jetzt machen? Entschärfer wurde erneut gesichert. Die Clash habe ich gefunden. Das Fressen. Ja. Ich weiß jetzt sowieso, dass ich hier bin. Ja. 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 Ich kann nichts machen. Jetzt haben sie noch mal gemacht. ja da habe ich mich abgelenkt und ich habe geguckt es läuft überhaupt gar nichts heute zusammen die chili darin fehlt ja gut oder wie gesagt unser bester mann ist dann quasi vor der runde rausgegangen ausgegangen ausgeflogen wie auch immer ja ja ja